Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer Folge vom Noob zum Pro und ja Was habe ich zu sagen? Ich habe zu sagen, dass die nächsten paar Folgen von allem reproduziert sein werden, weil ich in England bin. Und ihr dürft euch nicht wundern, es kommen samstags keine Videos, weil ich wollte eigentlich WoW-Videos machen, aber WoW möchte mein Computer nicht aufnehmen, der hat aus irgendeinem Grund keine Lust drauf und deswegen mache ich nur Mittwoch- und Freitag-Videos. Ja, ich glaube, ich hoffe, das ist in Ordnung. Da kommen einfach LOL und Bastion Videos. Das muss ich halt alles vorproduzieren. Das sind dann zwei diese Woche, zwei nächste Woche, zwei übernächste Woche. Es sind sieben Videos. Also keine Sorge, ihr werdet von mir hören und ich werde euch dann auch berichten, was so passiert ist in England, was wir so gemacht haben. Das werde ich auch alles noch sagen. Und ich werde euch dann auch meinen neuen PC vorstellen und meinen alten. Ja, das werde ich alles machen. Ich wollte noch irgendwas sagen. Nein, eigentlich nicht. Gut. Ja, ich hoffe dann, ich hoffe, euch gefällt das Video und bis bald würde ich sagen. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.